Die Dirndl Die Dirndl Liebe Freunde, liebe Gäste des Bacherlwirts, ich habe ein Video gepostet, wir sperren am 29. Jänner wieder auf, aber leider wurde der Lockdown verlängert. Unser Video wurde über 18.000 Mal angekickt, das heißt, die Leute warten schon, dass wir endlich wieder geöffnet haben. Dafür haben wir extra eine Kuh besorgt, eine Kuh für den Abstand, aber leider haben wir nicht so viele Kühe, dass wir die Gäste nicht unterbringen können. Das heißt, wir warten bis zum Lockdown-Ende und fünf Tage nach dem Lockdown, das heißt der erste Freitag nach Lockdown-Ende, gibt's den Bacherlwirt wieder. Und wir, mein ganzes Team und ich, freuen uns auf euer Kommen. Grüß euch! A Dirndl im Dirndl, das ist eine Pracht, fesch sind die Dirndl in ihrer Tocht. A Dirndl im Dirndl, das ist heute frei, da kriegen halt die Burma ein richtiges Schneid. Da kriegen halt die Burma ein richtiges Schneid.